Ja moinsen und willkommen zurück zu Yo-Kai Watch 4. Im letzten Part sind wir in Kapitel 3 angekommen. Nathan hat die Beitrittsanfrage zur Detektei angenommen und das ist sehr ehrenhaft und das ist sehr nice. Oh, eine Postfiliale. Kann man aber nicht reingehen. Ja, schön ist doch die Welt. Bald, sehr, sehr bald, meine Kerle, gibt es wieder Weihnachtsgeld. Ich meine, wir haben Juni und bis zum Dezember ist auch nicht mehr so lange hin. Ihr wisst Bescheid. Das ist ziemlich nice. Außerdem müssen wir jetzt hoch zu Akinuris Haus, also eigentlich ein Schrein in einem gewissen Örtchen, was jenseits der Sakura Hills liegt. Und zwar, laut Spiel nennt man diesen Ort Kazumidei, glaube ich. Kazumidei. Das ist so das Ding. Und jetzt führt uns der Hund quasi von Schwalbing, so wie es viele von euch nennen, ob es jetzt wirklich Schwalbing ist oder... Bitte, jetzt wirklich mal Real Talk, ja? Dass mal einer in den Kommentaren jetzt mal den Lörres auf den Tisch schaut und sagt, wie es ist. Ist das hier Schwalbing oder nicht? Nicht alles tausendmal schreiben. Lasst einen das schreiben und liked das dann hoch, damit ich das sehen kann. Aber wirklich so nach dem Motto liken, damit er es sieht. Und damit der ganze Chat nicht damit vollgespampt wird von wegen... Ja geil, das ist so, ja. Das ist wirklich Schwalbing. Ja, schön, aber es reicht, wenn einer das schreibt. Meine Güte, Alter. Das verwirrt. Ufdini. So, ja genau. Jedenfalls müssen wir jetzt nach Kazumidei. Und das scheint wohl wahrscheinlich der Waldberg zu sein, denn ihr seht, es geht wohl Richtung Norden. Oder ist das hier Blütenbühl? Ne, dann muss es ja eigentlich Linshaus Neudorf sein. Jedenfalls ein komplett neuer Ort. Kazumidei. Da sind wir. Ja, ja. Wie er schon so ankündigen wollte. So wie dieses wunderschöne Je-Emote auf meinem wunderbaren Channel. Alle abonnieren. So, wir müssen eben diese kleine Gasse... Ich frage mich schon eins, ja, wenn Tuoma jenseits dieser Gasse leben will, wie kommt der hier durch? Ich meine, ihr habt seinen Körperbau gesehen. Ich habe nichts gegen Dicke, aber es ist völlig unmöglich, dass er hier durchkommt. Bruder. Der reißt da ja noch die ganzen Wände mit. Das ist los. Oh. Ja, lecker Reißbau, Jamon. Wir haben ja im letzten Part, glaube ich, beim Kampf gegen den Körperklaus... Yeah. Oh nice, okay. Sehr viele Items verbraucht. Sehr viele, weil wir uns das Kampfsystem so ein bisschen angucken wollten. Und apropos Kampfsystem. Ich habe vor, in naher Zukunft mit euch live zu streamen in Sachen Yo-Kai Watch 4. Und dann quasi dort eine Art Training-Session zu machen oder auch Erkundung-Session. Wir haben nur ein Problem. Ich habe gehört in den Kommentaren, dass man richtige Yo-Kai Watch Kämpfe, wie man sie von Yo-Kai Watch 1, 2 und 3 kennt. Du gehst irgendwo hin, das Signal der Yo-Kai Watch wird stärker. Du siehst, aha, hier am Baum ist ein Yo-Kai. Ähm, du forderst ihn heraus und das kannst du quasi in Lenzhausen ungefähr 300 Mal machen, weil da überall 300 Yo-Kai verteilt sind. Wisst ihr, was ich meine? Und hier in Yo-Kai Watch 4 hatten wir bisher nie diesen Punkt, dass wir gesagt haben, oh, wir können an den Busch gehen, da ist ein Yo-Kai-Signal, da ist ein Yo-Kai drin. Wir hatten einmal die Situation gehabt, ich glaube, es war vor drei Parts, als wir nach der Fahrrad-Quest gesucht haben. Und sie ausgeführt haben anfänglich. Da ging es auch so ein bisschen darum, dass ich einen Kampf hatte gegen einen Opa Gusto, der quasi in so einem Briefkastenschlitz eingedrückt war. Und ich konnte dann halt gegen ihn kämpfen. War das quasi dieses zufallsbasierende System, das man aus Yo-Kai Watch 1, 2 und 3 kennt, dass da zum Beispiel jetzt einfach mal so ein Yo-Kai gespawnt ist? Oder passiert das hier nicht? In Yo-Kai Watch 4? Oder kommt das noch? Weil ich vermisse dieses Feature. Jedenfalls, Brudinius, wir müssen ins Haus hinein. Achso, diese Tür, Bruder, ey, ihr sagt das doch gleich. Sieht doch kein Mensch. Ah, lecker, lecker, Kaffee. So, ja, da sind wir, Leute, in meinem bescheidenen Heim. Fühlt ihr euch gut? Äh, ja, es ist auf jeden Fall fantastisch hier, es sieht sehr schön hier aus. Echt, Kai? Ja, das freut mich. Und das schmeckt. Ja, ich hab wirklich ein Gefühl von Atmosphäre, ähm, Akinori. Es ist eine geheime Basis und es fühlt sich gut an. Ähm, ja, guten Damen. Wer ist das denn? Ach! Äh? Ähm. Wer seid ihr? Und vielen Dank fürs Kommen. Ah, konnichiwa, guten Tag, ich bin Nathan. Warum ist meine Stimme so hoch? Ich weiß es nicht. Schwein! Ja, jedenfalls, guten Tag, ich bin Kai. Oh, freut mich, dich kennenzulernen. Du bist wohl Akinoris Freund. Da fällt mir gerade ein. Akinori, äh, du hast doch gerade eben was von schmeckt gesagt, ne? Schmeckt denn gerade wirklich oder nicht? Ähm. Und die Geschichte von einem legendären Wächter, äh, es gibt keine. Das ist wieder mal diese Google-Übersetzung. Ich hab die sogar abgekürzt. Äh, nein, macht dir keine Sorgen um Kai, es geht ihm gut. Oh, ist das so? Und hast, sind das Yokai-Freunde, die du da bei dir hast? Äh, äh, jäh. Ja, ich bin Shimanian, Schokoriegel. Oh, 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 das sieht an einer Katze ähnlich. Ich hab auch ne Katze, die Schokoriegel isst. Nur die ist daran gestorben. Ach, warte, bist du das? Äh, jäh. Na gut, haut rein. Ist es wohl die Mutter von Akinori, würde ich sagen? Oder die Oma? So, Kai, also, jetzt mal Real Talk. Was habt ihr verstanden? Also, denkt ihr, das ist die Oma oder die Mutter? Oder nur so ne... Aufsicht. Ich weiß nicht. Aufsicht. Aufsichtsperson. Wo die Unterkunft, äh, in Kai liegt, steht ebenfalls fest. Bald werde ich den seltsamen Fall überprüfen. Schlechte Bedeutung. Er hat nen PC? Bruder, das passt gar nicht zu dieser Zeit. Ja gut, aber ich meine, er hat ja auch nen Coca-Cola-Schild am Bett kleben, ne? Du amerikanisiertes Arschloch. Ach, sorry für diesen Tonvoll, aber es muss halt eben sein. So, also. Der Charakter der Mitternacht. Ähm, Bald Flames, Ten Mitternacht, gefärbt mit Ten Like Black. Was labert er da? Ist das wirklich so stimmt, was du gesagt hast? Ja, leider. Ja, leider. Ja, ich wusste es. So ne Frechheit. Hä? Na zu mir, warum regst du dich denn so auf? Ist doch alles cool. Ich geb dir jetzt erstmal Hausarrest, denn ich bin dein Vater und ich darf sowas machen. Je. Ähm, na zu mir Eltern. Ich meine, ich denke es ist in Ordnung, aber es sollte okay sein. Ah, alles klar, Dave, vielen Dank. Äh, was? Geht's dir gerade wirklich um Vergangenheit oder was ist hier los? Was ist denn in Zukunft so ein kandierter? Es wird unerwartet. Ja, da bin ich mir sehr sicher, na zu mir. Äh, ja, peinlich. Was, wer hat was gesagt? Ist das Shibanyan? War das Shibanyan oder ist das Whisper? Hören wir uns mal die Sachlage an. So. Sekai Mirai. Random Kai, ich werde, oder halt Kai, ich werde in der Welt einen guten Vater haben, denke ich. Äh, ja, davon gehe ich aus. Äh, was? Nun ja, Kai, äh, du bist wahrlich ein guter Vater, sonst wären wir ja nicht alle hier, oder? Und er hat verdammt nochmal recht, ne? Also, apropos Kai. Ähm, ich hatte einen Freundschaftsvertrag bei irgendwem. Ein Vertrag? Was für ein Alman. Na gut, äh, beschwören wir mal kurz mal Baku. Ah, okay, ich weiß, worum es geht. Ja, hallo, ich bin Baku. Kai, wie geht's dir? Ach, mir geht's gut, Baku. Äh, bist du gut hergekommen? Ja, also, ich wollte eigentlich noch in der, in die, äh, in die Wäscherei im Krimmerviertel, weil die hat immer gute Angebote, aber jetzt hast du mich hier aus meiner Realität rausgezogen. Was ist denn los, Bruder? Äh, ja, wir brauchen deine Hilfe. Magst du uns helfen? Oh, ja, natürlich. Ich bin Baku. Wow. Äh, okay. Äh, ja, das, das schmeckt. Ja, Baku. Also dann. Mögen wir beginnen mit unserer, weiß nicht, mit unserem, ei, ei, ei. Mögen wir, mögen wir weitermachen mit unserer Angelegenheit. Ja, Baku ist okay. Halt's Maul, reicht jetzt auch mal hier. Ich, ich raste gleich aus. So, wir müssen raus, ne? Es ist Abend geworden, wie es, also es wird so langsam Abend. Das heißt, wir sehen zum ersten Mal Yo-Kai Watch 4. Nicht nur bei Helllicht im Tag, sondern jetzt gerade wird es auch dunkel und schaut euch mal diese Lichtblicke an. Die Lichtstrahlungseinwirkungen hier sehr, sehr schön. Sieht auch alles so ein bisschen verwaschener aus jetzt, ne? Ist irgendwie voll cool. So, dann lasst uns mal hier durchgehen. Hier reingehen. Kommen wir irgendwie rein. Da müssen wir außen rum. Hä? Achso, da war ein Item. Ich dachte, das wäre irgendwie ein Eingang, so ein Eingang gewesen, wo du dich durchkriechen musst. Aber schade, dass man hier nicht irgendwie mit interagieren kann, ne? Das ist schon sehr schade. So, wo müssen wir jetzt... Ja, ich renne gegen die Wand, ne? Man kennt's. Kann es sein, dass wir hier lang müssen? Ist das so eine Kletterpflanze? Ne. Wäre aber cool gewesen, so eine Kletterpflanzen-Feature hier. Wieso leitet mich jetzt der Hund und eben hat das nicht gemacht? Immer ans eine. Ja, der Automat, ne? Voll mit Tomaten. Ja, die willst du haben, ne? Miese Sau. Junge, was ist das hier gerade? Das ist GTA San Andreas und das ist gerade... Ne. Doch. Bisschen, ne? So Brücke. Wenn wir runterspringen, kriegen wir fünf Sterne, Alter. Und werden von einem Heli verfolgt und getasert. Und das schmeckt. Je. So, aber wo müssen wir jetzt eigentlich hin, Alter? Wir machen wieder eine Weltreise. Achso, es geht wahrscheinlich wieder für uns nach Hause, ja? So. Das gibt's ja in Japan gar nicht, ne? Bei einem Freund über Nacht. Ne, das kommt irgendwie komisch. Lieber Alman hat wieder nach Hause gehen, weißt du? Uff, ey. Geh dich erhängen. Also wirklich, geh dich weghängen. Das macht immer wirklich absolut gar keinen Sinn. So, warum sind denn die Japaner so Alman und sagen, nein, ich habe zu Hause zu nächtigen. Auf Wiedersehen. Wenn ich glaube, so spät wie es gerade wird, wir müssen schlafen gehen. Das heißt, wir sehen noch zum ersten Mal. Haltet euch fest und lasst einen Daumen nach oben da, um dieses Video zu supporten und damit es viel mehr Leute sehen. Das erste Video in Yo-Kai Watch 4, in dem man nun mal explizit darauf hingeweist wird, jetzt dabei zuzusehen, wie die Schlafen-Gehen-Animation aussieht. Sag mal, Baku, ist alles okay mit dir? Deine Rüssel kannst du dir sonst wohin stecken, Mann. Ich habe das genau gesehen, was du gerade gemacht hast. Schwein! Schau mal, wie Nathan sogar ausgeblurrt wird, wie cool. Selbst Michi wird aus... Und Whisper! Ja, das ist doch so ein... Ey, das ist so ein cooles Detail. Na gut, dann lasst uns nächtigen, meine Kerle. Ich sagte... Bin ich gerade vollkommen falsch? Ist das mal... Ach so, hier. Als könnte ich auch nicht im anderen Bett schlafen. Nee, das geht nicht. Das wäre ja zu auffällig. Ja, also, ich werde dich jetzt schlafen legen, Fräulein. Ja, okay, ähm, nur wie machen wir das jetzt am besten? Na, ganz einfach, mit meinen Schlafschwaden, die ich machen kann. Und mit meinem Kopierstab Tendo-Account. Hä? Du siehst ja genauso aus wie ich! Ja, vielen Dank. Das habe ich echt gut hinbekommen, oder? Ja, bei der Stimme musst du noch arbeiten. Hey. Also, es ist folgendermaßen. Du le... Ich lege mich jetzt hin. Nein. Äh, okay. Dann lass uns loslegen, Bruder. Also los, Nazume. Es wird Zeit. Ähm, Betto. Ja, ich muss jetzt ins Bett. Ja, das ist natürlich nicht so geil. Ja, aber du wirst daran denken, dass du das für die Wissenschaft tust. Äh, die Wissenschaft? Ja, die Wissenschaft. Und ich bin der Projektleiter. Diese Organisation. Ja, so siehst du auch aus. Alles klar. Das war das Geplänkel. Und jetzt wird Zeit, dass wir schlafen gehen. Ich glaube, hier kann man bis morgens schlafen. Hier wahrscheinlich bis abends. Und ich denke, dass eine gewisse Funktion aus Yo-Kai Watch 3 wieder zurückgekehrt ist. Und zwar die Wecker-Funktion. Passt auf. Denn unten steht, stelle den Wecker ein. Und, äh, äh, also quasi hier, ne? An dritter Position von oben. Ganz oben steht... Ähm... Einen Moment. Bodinius. Oben steht halt, schlafe bis zum Morgen. Müsste sein. Genau, ich werde bis morgens schlafen. Ich werde bis nachts schlafen. Und ich werde einen Wecker stellen. Und den Wecker stellen wir uns... Lol. Es gibt keinen Wecker mehr mit, 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 äh... Dem 360 Grad schwenkbaren Zeiger. Das hat man jetzt ein bisschen langweiliger gemacht, ne? Aber wir müssen bis Mitternacht schlafen. Und das werden wir jetzt tun, meine lieben Siriusse. Die Schlafenge-Animation. Let's go. Achso, die ist gar nicht da. Ja, da bist du jetzt. Fresh und munter. Um 0 Uhr. Und jetzt werde ich mich erstmal auf die Falle hauen. Alles klar, mach das. Ich wünsche eine gute Nacht. Äh, ist schon komisch. Äh, ist schon komisch, mich selbst beim Schlafen zu sehen. Whisper? Du Schwein! Ja, ja, hier waren die schlafenden Mädchen zu gucken, ne? Du Sau. Wahrscheinlich denkt er sich jetzt auch noch so... Oh, Bruder! Füße! Ja, so siehst du auch aus, Mann. Ah, je. Also los, Natsume. Lass uns losgehen. Alles klar. Auf geht's. Mhm. So. Gute Nacht. Boah, die Musik. Ich bekomme gerade irgendwie... Ich weiß nicht warum, aber ich bekomme gerade ein bisschen Skyward Sword Flashbacks. Zelda Skyward Sword Flashbacks des Todes gerade. Weil die Musik sich so ein bisschen anhört. So dieses verträumte, ähm... Diese verträumte Abend-Nacht-Melodie. Bruder, wie geil, ey. Ich raste aus. Ich raste halt wirklich komplett aus gerade, ne? Also innerlich... rasiere ich mir gerade den Schädel. Und poliere ihn mit einer Poliermaschine. Die man normalerweise für... Eishockey-Felder benutzt. Ja, Mann. Das Item her damit, Bruder. So, da werden wir vereint. Auf diesem nächtlichen Spot. Hallo zusammen. Also, warum hast du uns denn hier hingeschleppt? Zu so einer... äh... Unkoscheren... Jahreszeit. Und Tageszeit. Es wird schon alles so einen Grund haben, okay? Also, dann lass uns mal loslegen. Ja, äh... Okay. Ja, okay. Das werde ich kurz mal wieder übersetzen. Einmal muss auch mal wieder sein. So nach drei Sätzen, Alter. Oder nach 30 Sätzen. Besser gesagt hier. Der Ort, an dem alle Mitglieder in Ordnung sind. Um am Mitternacht die seltsamen Falluntersuche des Yonaka-Kors zu untersuchen. Also, die sind wohl hier, um irgendwelche Untersuchungen zu machen. Weil die bestimmt denken, nachts ist hier voll die Action mit Yo-Kai. Na gut. Hä? Was? Was war das? Hast du irgendwas gesehen, Kai? Ähm... Nein. War, glaube ich, nur Einbildung. Bist du wirklich sicher, dass da nichts war? Vielleicht ein Schokoriegel in ihrer Hosentasche? Äh... Bestimmt. Ja. Hm... Dennoch komisch. Nun denn. Scheiß drauf. So. Ähm... Wie? Was? Schlüsselaufgaben? Och nein. Jetzt geht's wieder los hier. Gut. Hier wird man uns wohl wieder ein bisschen was erklären. Vom Pferd. Ähm... Ich werde das direkt mal nachprüfen. Geht's da einfach nur um die Quests? Ist das nicht nur das... Einfach nur das Quest-Log? So sieht's halt für mich aus. So. Einen Moment. Kriegen wir hin. Was steht da? Kalkiki-Sans in Stadt ist voll von verschiedenen seltsamen Projekten. Es ist die Rolle von uns CO-Kollektiven, es zu lösen. Also, ja, es gibt Quests und wir müssen sie erledigen. Aber warum wurde das nicht schon in Kapitel 2 erklärt, wenn es nicht eigentlich schon da erklärt werden könnte? Weil da das gleiche war mit der Schlüsselaufgabe und so weiter. Oben steht übrigens, ganz oben, ich ärgere mich über Angelegenheitsermittlung. Im Flüsterton. Im Flüsterton. Alles klar, aber ich habe irgendwie mitbekommen, dass wir das irgendwie... Dass wir irgendwie... Also, ich meine gerade eben gesehen zu haben, hier, ähm... Du kannst das Roster um... Drei weitere Charaktere erweitern. Im Besonderheit kann ich irgendwie die Charaktere hier switchen. Stimmt das? Kann ich das irgendwie tun? Denn jetzt bin ich ja mit ihm wahrscheinlich unterwegs. Bruder, 300 EQ-Play! Wir können jetzt mit Nathan uns so rumlaufen. Also, wir können mit dem Charakter unseres Vertrauens halt eben. Und das ist cool. Das soll es aber für den heutigen Part gewesen sein. Die nächsten Schlüsselaufgaben sollen folgen, meine Kerle. Ich hoffe, ich war nicht zu langsam. Aber ich bin gerade in einem komplett anderen Universum. Ihr merkt das. Macht's gut, haut rein und ciao. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und ein Abo, wenn ihr neu seid. Das ist neu, seit.